Innerhalb der Mannschaft oder auch mit dem Vorstand wird darüber nicht mehr gesprochen. Wir versuchen es auch jetzt möglichst nicht aufzubauschen, weil wir wollen dem möglichst wenig Plattformen geben in der Öffentlichkeit. Und von dem her hat sich das für uns relativ schnell wieder erledigt innerhalb der Mannschaft. Weil wie gesagt, das war ja auch keiner von uns betroffen.